Willkommen zurück zu Superman von die Welt. Wir machen weiter, jetzt in der vierten Welt und zwar mit meinem Cousin. Servus! Servus! Ok, legen wir los. Meld 4.2. Der sumpft der Krieg Piranhas. Hast du dir was zu sagen? Ne, ne, gut. Ok, ich muss mich erstmal hier erkundigen, wie man spielt. Ja, ist kein Problem. Immer schön aufpassen. Er spielt mit Nunchuck und Wifanbedienung. Da ist ein gewohnt drin. Es gibt nicht viel. Das ist ein verrückter. So, weiter geht's. Weiß ich nicht. Warte. So. Ja, ja, ja! Ich glaube auf Z, aber ich weiß nicht. Lass, lass mich das! Will ich mich verarschen jetzt? Come on! Ah, leck mich da. Leck mich am Sack, du Arschloch! Egal. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ok. Der erste Starker, äh, der erste Grünstler haben wir schon verpasst, aber egal. Nicht weiter schlimm. Du Profi, du! Ja, mach das nicht Spaß? Ja, ja! Gut. Ok. Hier oben ist Mel, mach einfach Blase mit A glaub ich. Warte. Bei mir nicht. Nicht? Ok, dann geh auf den, äh. Nein, geh. Nein, warte, geh da auf die Plattform und jetzt mach A. A. Ah! Nicht dem Springer, du Schmid! Egal. Du kommst auch so mit. Mach einfach nix. Da ist er ja! Hallo, Servus! Ok. Hier gibt's auch einen Secret Exit, dafür braucht man aber den Katzenanzug, oder Katzenmauer, oder Katzenanzug, generell. Super! Scheiße! Ha! Ey, was soll denn, ich kann nicht mit dem One-Talk-Spielen. Jajaja! It's a good time! Yeah! Die gibt's auch übrigens ne Highscore-Liste, also, bei den meisten Punkten sammelt, der hat dann den Highscore. Bin ich lebensmüde! Moan! Alter. ich warte auf dich, du kannst ja auch selbst befreien auf A A A Auf A ok da sind wir schon am Ziel 3 1 halben Minuten, das war super Hahahaha Alter, 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 Alter Nein, 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 nein nimm es nicht, Alter du bist doch nicht mehr ganz sauber wir müssen zurück vielleicht schauen wir es jetzt, ja die Musik ist auf jeden Fall geil Alter, warum komm ich da nie hoch? Das gibt es doch gar nicht! Spürst du nur, Alter! Du bist dann immer ganz sauber! Alter, spürst du mich auch noch! Arri! 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 Da bin ich. Egal. Wer durchsteht jetzt Scheiß? Jetzt weiß ich schon, wer ist. Wie? Achso. Ja, Luigi hat die einzige Fähigkeit, höher zu springen. Lass den mal da. Hier! Mach jetzt A, mach jetzt A! Nein, nicht springen! Einfach A! Gut, dann weiß ich auch nicht. Ja, C! C! C, okay, ja. Was ist denn denn? Gut. Das ist eben so, wie ist schon einer! Arri! Ja, Motherfuck! Hier, hier! Ich fühl mich so cool mit dem Stern hier! Ich fühl mich so cool mit dem Stern hier! Yeah! Pass bloß auf, dass ich ihn erfüllte! Ich sag dir, wir sterben wieder! Ich sag dir, wir sterben wieder! Alter! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Scheiße! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ich kann ihn hier schneller laufen! Schmitty! Ja! Ja! Ja, Profi! Jetzt warte auf mich! Ich bin tot geschwitzt! Oh ja! Gut! Ah, auf B! Was? Schneller laufen auf B! Okay! Du willst mich jetzt ficken, oder was? Hä? Oh, was? Was? Na ja! Immerhin haben wir nach 6 Minuten das Level beendet! Finde ich super! Ganz klar! Und den Stempel als Röhre! Super! Ähm... Schwach, schwach, schwach! Okay! Da hab ich ne Krone auf! Ich fühl mich so cool! Und wir machen weiter! Geltner! Das ist der Josef! Den kennt er nicht! Den kennt er nicht! Aus dem Weg! Karumpelbande! Immer diese Namen, Freunde! Welt 4a! Weg damit! Abfall! Weil ich war jetzt auf die Dorf springen! Und dann nehmen sie sie, glaub ich, von alleine! Ne, und dann einfach... Ich weiß nicht! Nochmal, ja! Du sollst doch dich nicht töten! Sag mal! Sorry! Juhu! Ich glaub ich krieg wieder nen Halskorder! Was sagst du? Ich bin ein Profi! Ja, ich bin ein Profi! 200 Punkte! Arrö! Ich bin ja noch Anfänger! Ich spiel zum ersten Mal! Ähm... Ach du Kacke! Ey, das Level ist scheiße schwer! Sag ich dir! Das hier! Welt 4a! 3! Tanz in der Wolken Disco! Aber das machen wir noch! Das... Das schafft man alles! Na hoffen! Pass auf! Disco, Disco Togo! Ich sag ja, das Level ist scheiße! Dann hol dir auch so einen! Dann kriegst du einen Doppelgänger! Voll geil! Aber mein Doppelgänger hat keine Musik mehr Kronen auf! Schnell bei dich, bei dich! Sprint lieber! Das ist gesünder! Hier hol dir noch einen! Warte, warte! Woh! Amma Luigi! Ja! Diese Effekte! Du gehst! Jaja! Pass auf! Ich würde nicht gehen! Gut! Dann... Warum hast du mich auf dem Kopf, Video? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich hab mich gelöst! Sorry! Okay! Dir Seifer ziehen! Lauf! Okay, wir kriegen hier nur einer! Bist du wieder lebenswürdig?! Alter, das war knapp! Wir sind zu sechsten Ziel dieses Jahr! Sprich da! Sprich da! Nee, jetzt sind wir nur... Jetzt sind wir nur noch zu fünf da! Wieso wär das wohl? Jetzt spring! Hallo! Karate! Fuck! Was ist total mit einer Horte? Jetzt... Jetzt wird's total! Nein! Warte, warte, warte! Jetzt... Warte! Egal! Ist egal! So! Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Checkpoint gibt! Ich hoffe Wow Ja Bilenzmühle Ja, es gibt Checkpoint Ja, okay Gut, hier brauchen wir sogar vier Leute, um da hochzukommen Also, komm her Wir sind zum Glück zu viert Und deswegen kriegen wir einen Stempel Des Levels Okay, geh mal Hier ist besser, die Doppelgänger in einer Reihe zu lassen Ansonsten ist es zu gefährlich Nein Schade, knapp Ich meine ich nicht Ja, das ist lustig Jetzt kommt, äh, einer der kuriosen Fälle Ja, ne Oh, Kirche! Egal Nicht weiter wichtig Oh, ja, das ist... Aber zum Glück sind wir eher zu zweit mit dem Fall zu viert Da ist es überhaupt kein Problem Oder doch? Nee Zweiter Stern Bis jetzt haben wir alles In dem Lerbe So, jetzt geht die Rutschpartie los Viel Spaß Und auf die andere Seite Fuck! Das wird dumm, Alter Ja Oh, Mann Aber... Game over, runter! HELLO, was soll das? Oh, Mann Wir machen trotzdem weiter Wir sind gestattende Männer und machen was Gell? Die Schmiede, Brüder Mache, Schmiede Mache, Schmiede Wir ziehen zwei Schmiede, Koffense Ja Aber, habe ich ja schon erwähnt Äh, noch mal Oh, Gott Das Levels des A ist echt schwer Ja Aber wir schaffen es Jetzt lauf Riskante Aktion NETUL Ah, Mann, soll das Ich muss mich kurz vertreten Ich muss jetzt meine 3 behalten Oh Okay Insofern wir zu viert bleiben, ist ja alles geschehen Boah Nein Schade drumherum Wenn das so lange gegangen ist, habe ich ja Ja Boah Das war Letzte Sekunde Scheiße Zum Verwinter Ich bin Oh, was hast du gemacht? Bist du verrückt? Bist du besoppt? Bist du? Bist du? Bist du? Ah, nein Wir sind schon gleich wieder tot Ey, wir brauchen jetzt unbedingt Doppelgänger Ansonsten kriegen wir einen Stempel nicht Und das wär scheiß, ja Okay, für jeden zwei Also jetzt müssen wir behalten Ich mach mal, du Blase Kannst du nicht? Oh oh Shit Spring! Nicht runter, du Idiot! Oh, oh, noch eine! Sehr gut! Oh, hier ist es! Zum Glück habt ihr es geschafft! Alter, ist das brutal hier! Nichts für schwache Nerven! Geschaffen zwar nicht so viel, aber Image abwärts, hoffe ich. Ich bin lebenswürdig! Oh, noch geschafft! Der einen muss ich opfern, ich kann da nichts mehr machen. Lass mich in den Augenern! Keine Warnung auf den Titeln! Oh, oh! Ich tanze in der Wolke, Bisco! Oh, sorry! Aber egal! Egal! Beter! Okay, jetzt wieder betätig du, ich start schonmal! Okay, aufs Bett! Fertig! Los! Ah, leg mich! Alter! Ja, gut! Und wenn man fünf hat, geht es sogar noch besser als zu viert! So, jetzt haben wir die letzte... Schon was? Letzter Abschnitt hier! Nicht versemmeln! Nein! Shit, Alter! Ja, was soll ich da machen? Oh, ich bin... Mir geht es dir zu gut! Nein! Nein! Wie sollen wir jetzt da hochkommen? Wir müssen nicht den Ding, aber... Komm mal her! Ah, ja! Nimm mich mal hoch! Wie? Weiß nicht! Wie nimmt man da einen hoch? Ich glaube, B, ja. Ich auf B. Aber dann kann man den nur werfen. Toll. Vielleicht dann musst du hier von... Ah, ich glaube, ich weiß, ich habe nur Ahnung. Aber ob das Zeitlimit uns dann für das andere reicht? Ja! Ah, schade. Hä? Wir versuch uns noch bis 200 und dann gehen wir. Sorry. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Komm mal mit. Das ist jetzt riskant, was ich mache. Aber unsere einzige Chance... Egal. Das ist viel zu riskant. Ich darf den nicht verlieren, Alter. Nein! Egal. Schott. Zoweit ich weiß, es klingt. Nein! Ich bin so verrückt! Den hätte ich mir lassen sollen. Jetzt wird es riskant, wie sonst was. Warte noch. Wir haben ja... ...ein Adventskalenderchen in der Reserve. Hey. Das wird Hardcore Bullshit. Komm, komm, komm! Nee, ich nicht. Okay. Zu brutal. Alter, wie du verbokst das jetzt. Geh drauf! Nein! Geh runter, geh runter, geh runter! Oh, nein! Nein! Miss! Äh, was machen wir, was machen, was machen wir? Wir machen nochmal. Ich kill mich jetzt. Aber wir machen die gleiche Idee nochmal. Und diesmal lässt du mir die zwei, okay? Ja. Kill dich! Oh, da sind wir Game Over schon wieder. Weck mich gleich. Wuhi! Wir sind schon wieder Game Over, Mann. Wir kriegen das nicht hin, das Level ist zu stark. Das ist sehr schwer. Ja, ich sag ja. Oh no, oh no. Ja, wir machen. Wir schaffen das nur in diesem Part. Der Part dauert zwar schon 18 Minuten, aber wir schaffen das. Ja, ja. Machen wir. Schmier die Power. Schmier die Attraktion hier. Wieder 10 Leben. Die dürfen jetzt nicht vermasseln. Selbstwechsel. Oh, das war knapp. Oh, ey! Geh. Ach, leck mich. Jetzt sind die wieder zusammen. Alter. Das ist hardcore. Pst. Pst. Nein. Ey, geh mal auf B springt, Mann. Pst. 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 Fakir äh nee komm wieder zurück das war schon der Weg versperrt Lauf Kumpel jetzt kann er nicht sogar alleine schaffen ja du stirbst nicht jetzt sag ich jetzt müssen wir es doch mal schaffen ey warte ich mach mich noch zusammen soll ich Schmidt die riskante Aktion machen? na das machst du schon da muss man aber wirklich heulen ich will ja jetzt nicht sagen super eine Münze gefunden kann man eigentlich mehr als 4 ja egal ich will es nicht ausprobieren ansonsten hier Fukushima ja nein nein das wurde der Gefallen egal das war vielleicht schon sehr schnell zurück ja ok jetzt ist der Schock ich geh schon mal ich lebe noch ich lebe noch nein 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 oh man ey jetzt kommt wieder dieses Risiko von der Mittelfahne ja ich geh mich wieder aber aber wir müssen es irgendwann mal schaffen die letzte Passage die killt uns immer das war ja ja das war ja das war ja ja Fall nicht runter. Okay, das ist brutal, das ich jetzt hier mache. Warte kurz. Egal. Das Level halt. Immer wieder super und krank. Ja, auch. Komm. Wir würden nicht mehr hochkommen, wenn wir einfach runterspringen würden. Das wäre krank. Soll ich wieder eine brutale Aktion machen mit Schmitte? Jetzt wird hier ja gleich alles ausgefahren. Dreierweitsprung. 22,5 Minuten, das ist krank. Am liebsten würde ich jetzt meine ganzen verlieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Arme. Der Arme. Wenn wir das nicht schaffen jetzt, Alter. Das ist doch eine Blamage. Damals du die ein. Ich mache den Rest. Können wir jetzt rausgegangen wären? Okay. Okay, jetzt. Aber wir müssen es doch schaffen. Nein. Erst die nächste. Erst die nächste Bahn nehmen wir. Ich vergesse immer zu springen, Alter. Das ist so unfair. Mann. Gibt es doch gar nicht. Wie habe ich dich jetzt hochgenommen? Oh. Hey. Wie lange sollen wir in der Park noch werden? Nicht zu lange. Ich darf nicht vermangen. Ich darf nicht vermangen. Kini. Würde ich ja auch nicht. Lass, lass mir weiter. Okay, dann wären wir sogar zu fünften. Das wird vollends ausrengen. Schmitty Big Bang Brothers. Komischerweise sind wir hier immer... Der ist vorsichtig! Hä? Was? Wenn du springst? Oder wie? Nee, komischerweise wissen wir es immer, wenn es hier wechselt. Ja, ja. Das ist ja... Du verrückte... Verrückte Manga! Wir haben schon wieder nur noch einen neben, Alter. Wir werden es jetzt wieder verbocken. Und? Boah, Alter. Wir müssen es doch irgendwann mal schaffen, oder? Aber wann? Das ist gar nicht so. Ja, ich weiß, dass der wird schwer. Trotzdem. Wenn der verschwindet. Wenn der verschwindet. Wenn der verschwindet. Wenn der verschwindet. Ja, weil wir den geholt haben. Wir haben doch ein Gold. Ja. Guck mal, ich fahr. Alter, schaffst du! Ah! Ja! 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 Schmitti! Leute! Schlange! Keiner kann so oft tun so lange! Keiner kann so tief und keiner kann so intensiv! Und wir werden sterben! Na! Nein! 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 Das haben wir mal geschafft! Das war so typisch! Das war so typisch, Alter! Oh Mann! Aber okay, wir haben es geschafft. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Mal. Mit weniger Fels, okay? Versprochen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss!